Ding Dong! Dieser Podcast wird präsentiert von DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch. Filme, Serien, Popkultur. Und hier ist Bei Gin und Kerzenschein mit Clio und Hendrik. Und damit herzlich willkommen zur 38. Episode von Bei Gin und Kerzenschein. Hallo! Hallo! Wir machen heute mal wieder eine eher kürzere Episode und fangen mit ein paar kleineren Themen an. Und zwar... Können wir nicht anstoßen, Hendrik? Achso, ja. Wir waren tollen... Drinks. Drinks. Prost. Und? Okay, du hast es wirklich sehr eilig, merke ich gerade. Aber ja, wir wollen eine Mini-Episode nur aufnehmen, bis sie sehr schnell zum Punkt gekommen. Wir wollen einfach heute etwas, ein bisschen gemischt, aber trotzdem eine Art Hauptthema. Aber auch, ja, keine so irrenlange Episode wird es heute, weil wir eigentlich längere Episoden demnächst noch paaren, mit wieder sehr, sehr viel Recherche. Aber da kommen wir dann auch weiter zu, später. Mhm, genau. Fangen wir erst mal kurz an. Die letzte Woche oder im Verlauf der Woche jetzt wurden die Emmys verliehen, die ja verschoben worden waren wegen des Hollywood-Streiks auch. Genau, eigentlich hätten die im September stattfinden sollen. Das sind die 75. Und ja, wir schauen mal durch. Also, was uns ja sehr gefreut hat, ist, dass auch schon bei den Golden Globes, aber jetzt eben auch bei den Emmys, unsere absolute Lieblingsserie, oder meine Lieblingsserie, weiß nicht bei dir ob, absolute Lieblingsserie, bei mir schon, Succession hat groß abgeräumt. Ja, viele Nominierungen, also 27 Nominierungen und davon dann sechs Emmys insgesamt mitgenommen in verschiedenen Kategorien. Ja, wir gehen hier mal die Slide durch in den wichtigsten Kategorien. Fangen wir mal an. Zum Beispiel haben wir hier Sarah Snook, die bei Succession Shaborn, also genannt Shif Roy, spielt. Die älteste Tochter. Genau, sie hat die einzige Tochter auch vom Medienmogul, um den es da geht, vom Patriarchen. Sie hat gewonnen Outstanding Lead Actress in den Drama Series, also Best-Hauptdarstellerin. Genau. Und Jennifer Coolidge für Wild Lotus. Schon wieder. Schon wieder gewonnen. Outstanding Supporting Actress, also, wie sagt man, unterstützende Nebendarstellerin, Ja, Nebendarstellerin, genau, genau. In der Drama Series. Jennifer Coolidge, die man noch als Stifflas-Mom. Genau, hatten wir, aber wenn ihr es hören will, hört sich einfach die Wild Lotus-Episode von uns an, die wir vor knapp einem Jahr aufgenommen haben. Ja, so lange schon her, ne? Genau. Also, immer noch absoluter Tipp, Wild Lotus. Dann haben wir wieder auf Succession als Outstanding Supporting Actor, bester Nebendarsteller in einer Dramaserie, Matthew McFadden. Der spielt die Rolle Tom Wormskans, ein ganz toller Name. Ich glaube, er heißt Matthew McFadden. McFadden, ja, stimmt. Und, ja, er meinte, ich glaube, bei seiner Rede meinte er ja auch, wie sehr ihm diese Rolle Tom Wormskans ans Herz gewachsen sei und dann korrigierte er sich. Spoiler-Warnung. Hendrik spoilert jetzt in den nächsten 30 Sekunden quasi das Ende der Serie Succession. Wer diese kongeniale Serie noch selbst bingen möchte, sollte die nächsten Sekunden vielleicht besser überspringen. Also, seid gewarnt. Ich sollte ja sagen, CEO Tom Wormskans. Also, es ist ein kleiner Spoiler für alle, die die sehen. Das ist ein sehr großes Weltraum-Spoiler. Das ist eigentlich der Spoiler, den man machen kann. Ja, vielleicht sollte ich vorher eine kurze Spoiler-Warnung an dieser Stelle setzen. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, in der Ausgang von Succession jetzt doch noch bochtet hat die wie viele Staffeln? Vier oder fünf? Waren es, glaube ich, wegzubingen. Der, ja, überspringt das dann. Ja, wäre besser. Genau, Beef haben wir noch nicht gesehen. Von Netflix, genau. Wurde ausgezeichnet als beste Limited- oder Anthologie-Serie, also als abgeschlossene Serie. Miniserie, genau. Bei uns würde man Miniserie sagen. Genau. Beef muss ganz, ganz toll sein. Müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Das wird auch Philly Katharien. Ist von diesem tollen Studio A24, dieses Independent-Film-Studio, das so viele tolle, bahnbrechende Filme in den letzten Jahren auch unter anderem, wie heißt er, Everything, Everywhere, All at Once und so weiter. Also die machen ja einfach so viele gute Indie-Filme inzwischen und produzieren inzwischen schon mehr als Major Studios Repair Amount. Oft auch mal einen leichten Trash-Vibe mit dabei und so und Genre-Kost, aber immer mutige, unkonventionelle Stoffe, die sie meistens machen. In Beef geht es um einen Streit, der immer weiter eskaliert und sowas liebe ich als Prämisse. Wenn Sachen eskalieren, das finde ich immer sehr gut. Also dieses, mich erinnert es ja ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du den kennst, den müssen wir eigentlich mal gucken, auch ein guter Film von, ich glaube, 99, 2000 rum, mit Ben Affleck und Samuel L. Jackson, Spurwechsel hieß der auf Deutsch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der auf Englisch hieß. Habe ich tatsächlich nicht gehört. Der ist so, nämlich während eines Staus im Feierabendverkehr, so ein Streit zwischen zwei Leuten da reeskaliert, nämlich Ben Affleck und Samuel L. Jackson. Ja, sowas finde ich super. Genau. Da fällt mir auch wieder Wild Tales ein, dieser Episodenfilm, den wir gesehen haben, wo auch ein Streit um einen, ein Streit auf einem Highway einfach, also es ist kein amerikanischer Highway, das spielt in Argentinien Wild Tales, auf einer Autobahn, so ein Streit so eskaliert in einer Episode des Films, ganz super. Genau, dann haben wir hier als nächstes Jeremy Allen White aus The Bear, der Serie, hat den besten Hauptdarsteller einer Comedy-Serie gewonnen. Ja, und viele sagen immer wieder, ja, das ist ja gar nicht so sehr Comedy, das ist ja auch Drama, aber damit sie nominiert, das war jetzt halt ein kürzeres Format, also ich glaube, die Folgen gehen halt nur maximal um die halbe Stunde und da werden dann solche Serien gerne, selbst wenn sie eher Drama oder Dramedy sind, oft in Comedy geschoben. Ja, warum auch immer, weil es halt so ist. Ja, und Jeremy Allen White kenne ich natürlich noch aus der Serie Shameless, mit der bekannt geworden ist und die Serie ist auch vor den Shameless-Machern The Bear und ja, wird die auch viel nominiert, also müssen wir auch. Aktuell ging er sehr durch die Medien, beziehungsweise Bilder von ihm gingen durch die Medien, weil er in einer CK-One-Kampagne oberkörperfrei sehr sexy sich auf einer Couch über den Dächern New Yorks wahrscheinlich geregelt hat, in Schwarz-Weiß, wie das bei den CK-One-Kampagnen üblich ist und da fand ich ganz witzig, dass ich hinterher gesehen habe, dass diese Couch, das war übrigens wie bei uns so eine Court-Couch, aber in Bräunlich, die wurde dann verschenkt, auf der er sich geregelt hat in der Kampagne. Konnte man sich abholen in New York von irgendeinem Hochhausdach. Ja, ja, krass. Genau, so viel dazu. Ja, also wer die Serie Shameless nicht kennt, man kann aktuell alle, ich glaube, zehn Staffeln bingen bei Netflix, sind sie alle drin gerade. Und ja, tolle Serie mit Jeremy Allen White, William H. Macy und Amy Russom. Also tolle Serie, schwarzer Humor, Dramedy würde ich auch eher sagen, spielt in Chicago in so einer White-Trash-Family. Schon recht live erzählt, obwohl ich sagen würde, es ist kein Viergut, weil es eine Familie ist, die wirklich am Struggeln ist, was Geld angeht. Und mit Alkoholiker-Vater und so, ne? Und ich weiß noch, weil wir hatten, glaube ich, nur die ersten zwei Folgen oder so gesehen. Nee, wir haben schon bestimmt vier, fünf Folgen gesehen. Nee, so viele haben wir nicht gesehen, weil du warst dann nämlich, wolltest du nicht weitergucken, weil du meinst, ah, es schlägt mir jetzt so sehr auf den Magen oder so. Ja, aber das war erst nach drei, vier Folgen, dass ich das gesagt habe. Ja, aber mehr als, na, ich glaube, mehr als zwei, drei haben wir nicht gesehen. Naja, können wir mal überprüfen, wie viel wir gesehen haben. Auf jeden Fall, eigentlich müssen wir die auch mal überprüfen, weil das ist einfach eine richtig geile Serie, also, ja, kann ich nur empfehlen. Und The Bear ist bei Disney Plus und die anderen Sachen, Succession und White Lotus, die wir eben erwähnt haben, die kann man natürlich bei Wow beziehungsweise Sky streamen. So, als nächstes haben wir Quinta Branson. Das steht hier gar nicht dabei, bei deinen Slides. Ich kenne die Darstellerin nicht. Sie ist hier als Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie. Ich glaube auch, der wissen wir ja wahrscheinlich, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Steht das da nicht? Ich kenne die Darstellerin tatsächlich nicht. Ich habe sie, glaube ich, noch nie gesehen. Und da wir The Bear ja auch nur die erste Folge bis jetzt gesehen haben, kann ich es jetzt auch nicht sagen. Aber The Bear an sich wurde als beste Outstanding Comedy Series. Haben sie wiederum auch einen Emmy abgeräumt. Da habe ich nur einen Ausschnitt gesehen, dass er... Einen Zunkuss oder irgendwas gefakt, ne? Sie hat sich geküsst. Also die beiden Hauptdarstellerin oder der Macher und der Hauptdarsteller. Jamie and Light. Ja, so gefakten Doom-Kuss, ja genau. Bei der Verleihung, das war ganz gut. Genau. Also Succession hat Outstanding Drama Series die Emmys gewonnen. Da sieht man auch. Und wir sehen hier auch Kieran Kalkin. Unser Liebling aus der Serie auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ihn ganz, ganz toll. Und er hat auch Outstanding Lead Actor, also Hauptdarsteller, eben in dieser Dramaserie Succession gewonnen. Sie hat ja auch gewonnen, ja genau. Und da gab es auch so einen witzigen Moment auch mit Pedro Pascal, weil die sich schon zuvor bei, was war es, die Golden Globes oder so, getriezt haben gegenseitig. Und hier jetzt auch. Und ja. Bei seiner Golden Globes-Dankes-Rene meinte er, suck it, Pedro. Ja. Und hier aber ganz süß. Weil er gegen ihn angetreten war. Weil ihm hier die Tränen auch kamen, wie er sich bei seiner Frau bedankt und wie er aber auch meinte, er will noch mehr Kinder haben. Also du hast gesagt, wenn ich, und vor allem, auch von wegen, er meinte dann so, du hast gesagt, wenn ich ihn gewinne, dann machen wir noch mehr Kinder. Dann vielleicht. Oder so, ja, ja. You said maybe if I win. Genau. Meinte er. Sehr gut. Aber das ist eine sehr, sehr süße Rede. Ja, auf jeden Fall. Absoluter Sympathieträger. Ja, definitiv. Und selbst in der Serie, obwohl er da einen Arschloch spielt, halt wirklich ein charmantes Arschloch. Und aber auch, ohne zu viel zu verraten, der hat dann teilweise auch gerade in der letzten Staffel solche Szenen, wo er zusammenbricht, auch richtig. Und man richtig ihm das abkauft, wie er da am Weinen ist. Also so toll gespielt. Könntest du noch mal empfehlen, Succession einfach eine. Wir haben als Succession, wir haben über Succession immer nur Häppchenweise geredet. Wir haben als Succession gar keine Einzelepisode gewidmet. Weil wir haben über Last of Us geredet, über White Lotus und so. Wir werden eigentlich auch irgendwann mal eine Succession-Episode machen müssen. Oder vielleicht sogar einen ganzen Succession-Podcast. Weil diese Idee ist auch so, dass man so viel analysieren kann und interpretieren kann. Eigentlich muss man jede Folge sezieren. Ja. Aber die ist so gut. Also, ja, kann man nur sagen. Weil Succession-Podcast ist tatsächlich mir auch so ein Ding. Das gibt es in den USA, gibt es da einige. Oder auf Englisch sprach ich. Aber in Deutschland gar nicht, soweit ich weiß. Dann musst du jetzt ganz viele Leute darauf bringen, dass es das noch nicht gibt. Das ist vielleicht nicht so schlau. Ach, du meinst die Hunderttausend, die uns hören? Ach so, ja. Die Millionen. Die werden bestimmt alle Bock haben, einen Succession-Podcast ins Leben zu rufen. Du weißt es nicht. Naja, auf jeden Fall. Es ist bei Succession, kann man, glaube ich, sehr schön analysieren, interpretieren. Ja. Da ist ganz viel rauszuholen. Ja, auch viel mit Foreshadowing, worauf es auf dem Ende der Staffel hinausläuft, was man natürlich am Anfang auch noch nicht sagen kann. Aber da wird also, ja, geil, brillant geschrieben, brillant gespielt. Kann man nicht meckern. Genau. Ganz tolle Seele. Damit waren wir beim kleinen, ein kleines Thema, was wir dann noch kurz erwähnen können. Wir haben gesehen, also abgeschlossen jetzt die, weil auch in den USA diese Woche die letzte Folge lief, die fünfte Staffel von einer unserer Lieblingsserien, auch Fargo. Ja. Wirklich auch toll zu Ende gegangen. Ja, werden wir aber tatsächlich in unserer Fargo-Retrospektive, wenn auch immer wir die fünfte machen. Ob vorgezogen, jetzt vielleicht aus Aktualitätsgründen oder später. Auf jeden Fall nochmal ausführlich zu eingehen. Tolles Ende, müssen wir sagen, fanden wir auch richtig tolles Ende. Nämlich anders, als man es erwartet hätte. Bricht mit der Erwartungshaltung massiv. Ja, total. Aber das hat mir gerade gut gefallen. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist da ähnlich, wie wir bei der Folge über Leave the World Behind gesprochen haben, dass sich viele daran stören vielleicht. Dass diese Erwartungshaltung so massiv durchbrochen wird, weil es viele Leute einfach stört, wenn halt nicht das Erwartbare kommt. Was ja aber wiederum auch oft nicht die spannendste Weise ist, eine Geschichte zu Ende zu bringen. Und ich fand das sehr toll, wie sie es gemacht haben. Ne, also Noah Hawley hat das auch gut begründet in so einem Gespräch mit dem Hollywood Reporter. Ja, wie gesagt, da werden wir dann ausführlich drüber reden. Ich habe auch schon einen Link gesehen, wo irgendwie stand auch, why season five of Fargo failed oder so. Also ein paar Leute würde es nicht gefallen haben, das Ende. Naja, vielleicht die Person, die das geschrieben hat, muss sich ja nicht nur am Ende gestört haben. Vielleicht hat sie sich insgesamt daran gestört. Ja, keine Ahnung. Aber wir fanden es großartig und werden auf jeden Fall darüber dann... Genau, ich fand vor allem Jono Temple ganz toll. Ja. So, wir wollten noch über einen Film reden, den wir gesehen haben. Einen Film, dessen Original 1966 gedreht wurde mit Michael Caine in der Hauptrolle und das Remake ist von 2004. 20 Jahre alt schon, muss man sagen. Auch schon wieder 20 Jahre alt, das Remake, genau. Und wir reden über den Film, weil er so schlecht geeifert ist. Ja, und auch rückblickend, man sagen muss, ja, was der für ein zweifelhaftes Bild, gerade auch bei jungen Menschen, die ihn vielleicht sehen. Ich kann auch noch anekdotenmäßig was zu erzählen. Ja, also auf jeden Fall, genau, der Film heißt Elfie mit Jude Law in der Hauptrolle. Und das Original hieß auch Elfie von 1966 mit Michael Caine. Auf Deutsch hieß der aber, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, so ein längerer deutscher Titel. Wie hieß der? Der Verführer lässt grüßen. Ja. Hieß er. Ah ja. Genau, hieß das Original. Wir werden jetzt nicht die ganzen Plot erzählen, aber die grobe Handlung kann man ja schon mal ergeben. Also Elfie ist in dem, wir reden hauptsächlich über das Remake, also gespielt von Jude Law, ist ein britischer Chauffeur, der aber seine Chauffeur-Tätigkeit in New York, in Manhattan auslebt. Und er ist eben ein Womanizer, was sie nicht doll genug betonen können die ganze Zeit, wie gut er bei Frauen ankommt. Und er durchbricht die vierte Wand in dem Film die ganze Zeit, indem er quasi dem Zuschauer erklärt, ja, letztendlich wie man besonders toll die Frauen rumkriegt. Ja, wie so ein Pick-up-Artist eigentlich auch so ein bisschen, wie man dazu sagt. Interessanterweise, der alte Film hatte zehn Jahre später oder neun Jahre später eine Fortsetzung, wo es nicht mehr Michael Caine war. Und dort ist wiederum der deutsche Titel irgendwas mit der Schürzenjäger. Und das finde ich ist ein interessanter Begriff. Und eigentlich trifft es auch noch auf diesen neuen Film natürlich zu, auch wenn es ein antiquierter Begriff ist, den man heutzutage nicht mehr so benutzen würde in Deutschland. Aber er trifft, im Kern trifft es ziemlich gut. Elfie ist definitiv ein Schürzenjäger. Ja, und das finde ich eben auch sehr schade, dass der Film sich nur darauf konzentriert. Und ich habe vorhin bei der Kurzrecherche Kritiken dazu gegoogelt. Und tatsächlich gibt es auch einige nicht besonders gute Kritiken, weil der Film eben vieles einfach belanglos und sehr, sehr oberflächlich ist. Was man aber merkt, ist, dass auch die Kritiken von damals sind. Weil wenn man den Film jetzt heute, 20 Jahre später sieht, ist man nicht nur, denkt man sich nicht nur, es ist kein guter Film wegen Belanglosigkeit und Oberflächlichkeit generell, sondern aus heutiger Perspektive ist man einfach absolut entsetzt über das Frauenbild, was da vermittelt wird. Oder auch Männerbild genauso, über das es erstrebenswert sei, nach dem Motto, lass dich nicht in ein Korsett zwingen, sondern lebe frei. Und das bedeutet im Sinne eines, wenn du richtiger Mann sein willst, möglichst viele Liebhaberinnen zu haben und dich nicht festzulegen und dich nicht in ein Beziehungskorsett zwingen zu lassen. Genau, das betont er eben auch, dass er hat dann zum Beispiel eine Affäre mit einer Frau Julie gespielt von Marisa Tomei, eine alleinerziehende Mutter, mit der er eigentlich eine gute Zeit hat. Aber das wird dann auch erzählt, sobald bestimmte Begriffe fallen, die darauf schießen lassen. Sie hat auch schon ein Kind, ne? Genau, diese alleinerziehende Mutter. Sobald die Frauen Begriffe fallen lassen, die darauf schießen lassen, dass sie eine Bindung erwarten und so erzählt das halt auch, indem er eben die vierte Wand durchbricht. Er erklärt ja immer das begleitend, was gerade passiert dem Zuschauer und dann sagt er dann in dem Moment, bei diesem Satz ist bei ihm klar, dass er jetzt langsam weiterziehen muss. Und also genau das Männerbild, was dadurch vermittelt wird, von wegen, dass es so cool sei, sich nicht zu binden und immer weiterzuziehen, das ist halt genauso fragwürdig. Und was ich halt wirklich ganz schlimm finde, sind halt einzelne Szenen, wo er dann zum Beispiel mit seinem besten Freund in einer Bar sitzt und es kommt eine Frau auf ihn zu, die er offensichtlich heute, würde man sagen, geghostet hat. Damals gab es den Begriff noch nicht, aber die er dann nicht mehr angerufen hat und sie stellt ihn quasi zur Rede, sagt erst so, ach, na, hallo, Fremder. Und man merkt, dass er sie wirklich erstmal nicht erkennt und dann ist sie aber wieder beleidigt weg. Hatten anscheinend einen One-Night-Stand oder eine Kurzzeit-Affäre, keine Ahnung, irgendwas. Genau, sie geht dann wieder beleidigt vom Tisch weg und dann ist es ihm wieder eingefallen, wer sie ist und sein bester Freund fragt. Oder er erklärt dann seinem besten Freund, warum er das mit ihr nicht weitergeführt hat. Und der Grund ist, sie hat Haare an den Armen. Das geht natürlich gar nicht. Ja, oh Gott, das ist so ein blödes Szenen. Also das ist die einzelne Begründung. Man hätte es ja auch so erzählen können, auch damals schon, dass es charakterlich nicht gepasst hat. Ja, sie hat sie genervt, keine Ahnung. Aber das sei der Grund, ja, wegen Behaarung, Körperbehaarung, für die man ja auch als Mensch nicht kann, unterschiedlicher Natur. Und was etwas ganz Natürliches ist, also es ist auch eine völlig fragwürdige Message, die da vermittelt wird, von wegen alle Frauen schön glatt rasiert, immer gestriegelt und geschniegelt. Als Mann ist es egal, aber als Frau soll es so sein. Ja, das sind halt Szenen, die vor allem aus heutiger Perspektive wirklich richtig schlecht gealtert sind, was mich auch aufgeregt hat. Und irgendwann kommt dann, er stellt dann an Heiligabend fest, dass er doch recht alleine ist, eben durch seine Bindungsangst und zieht dann aber durch die Straßen und begegnet dann einer Frau Nikki, gespielt von Sienna Miller, die ihn dann doch sehr fasziniert durch ihre Schönheit und dass sie aufregend ist. Und dann wird eben auch da erzählt, dass er da mit ihr dann zumindest etwas länger in eine Art Beziehung eingeht. Die wohnt auch zusammen oder wohnt fast zusammen oder so. Sie wohnt, glaube ich, einfach bei ihm oder sie ist sehr häufig zumindest bei ihm. Und auch hier finde ich es sehr, sehr fragwürdig erzählt. Er scheint sie ganz toll zu finden, aber dann gibt es, erzählt, dann gab es diesen AO-Moment an Silvester, wo er das erste Mal gemerkt hat, oh, da ist was nicht perfekt und so. Und es geht eben darum, sie hat ein Alkoholproblem. Und ich finde es auch wirklich richtig schade, wie hier dann so konsequent erzählt wird, es ist überhaupt keine Option für diese Rolle, Alfie, dass er sagt, naja, aber diese Frau ist toll und ich bin ihr eine Stütze, ich helfe ihr oder wir können dieses Alkoholproblem. Es ist halt ein Problem, was man angehen kann. Das wird einfach so erzählt, dass es einfach ihr Problem etwas ist, einfach nur Entscheidungsgrund. Und die Option, dass man mit ihr zusammen das Problem bewältigt, weil man sie eigentlich toll findet, die wird nicht mal erwähnt. Ja, und es ist vor allen Dingen so, es ist auch so irgendwie gezeigt oder thematisiert, auch dass er sie von einem Moment quasi zum Anfang fast wie unattraktiv findet, indem sie dort ihn, glaube ich, auch irgendwie noch verführen möchte, ja, bleibt noch ein bisschen und dann quasi nackt vor ihm steht. Da war auch eine Nacktszene Sienna Miller, steht sie nackt vor ihm und er regt sich gar nicht und sagt dann, oder so, und er regt sich gar nicht und sagt, er muss jetzt los. Und nach dem Motto, oh, wenn die schon nackt vor mir steht und ich sie nicht mehr schaffe, dann heißt das ja schon, dass man das vergessen kann, so nach dem Motto. Das ist so seine Quintessenz daraus. Ja, und wie gesagt, vor allen Dingen finde ich halt schade, dass es nicht mal irgendwie der Film, das nicht in Betracht gezogen wird, dass man Probleme eben bewältigen kann, sondern die Message ist dann wieder so. Zieh weiter. Wenn eine Frau, auch egal wie heiß sie ist, aber wenn da was nicht stimmt, dann muss man abhauen. Also, dass man irgendwie daran arbeitet, weil auch das gehört zu Beziehungen, dazu niemand ist perfekt, jeder hat Eigenschaften, die er am anderen vielleicht nicht optimal findet oder wo es nicht optimal zusammenpasst. Und das ist eben das, wo die Beziehung eigentlich erst sich die Spreu vom Weizen trennt. Aber der Film erzählt es so, als sei das überhaupt keine Option, dass man den anderen auch akzeptiert mit eben so einem Fehler wie dem Alkoholproblem. Die Macken, wie auch immer, die man nun mal hat und die man am Anfang natürlich nicht immer sofort sieht oder natürlich kommt sowas dann erst im Laufe des Lebens zu Trage oder so. Aber ja, sofort macht er sich aus dem Staub oder so. Und es ist ja, wie gesagt, also man muss sagen, auch der Film, am Ende steht er eben auch einsam und alleine da unter Brooklyn Bridge oder irgendwie in so einem Moment und sinniert noch einmal ein bisschen darüber, dass er jetzt ganz alleine ist. Aber man nimmt es dem Film nicht ab, dass er jetzt irgendwie geläutert ist oder sonst was. Weil dafür wird er vorher zu sehr glorifiziert in seiner Rolle. Genau, dieser Lüsch-Lebensstil und dieser cool, lässige Lebensstil, den er hat. Und auch, ich glaube, irgendwas, was er zum Schluss sagt, irgendwie, ich weiß nicht, ob aus dem Off oder zur Kamera oder wie auch immer, aber auf jeden Fall, es wird auch wieder so relativiert im letzten Moment, so nach dem Motto. Dass er sagt, ach ja, aber naja, so what, so nach irgendwie, keine Ahnung, aber so, also nicht so wortwörtlich, aber irgendwie wirkt es auf mich so, wie es wird dann auch wieder relativiert nach dem Motto, ja, ist halt dann so oder keine Ahnung. Und das im Originalfilm ist es wohl auch so, dass Michael Caine am Ende alleine da steht auf der Brooklyn Bridge oder so, das haben sie also wohl ähnlich gemacht. Aber ja, man muss auch den Kontext eben setzen, was ich jetzt fand, dass 1966, nach dem Zweiten Weltkrieg, alles war konservativ, alles war stark. Ach, das war nun mal gerade die Zeit, als die sexuelle Revolution aufkam, freie Liebe und so, war noch vor Woodstock. Da war das natürlich etwas wie ein ungezwungener Lebensstil, etwas Besonderes und man bricht mit der Generation seiner Eltern und ist offener und lebe auch deine Sexualität aus. Ich finde, man kann auch sagen, dass ein Film, der so eine Message 1966 so in der Richtung gezeigt hat, anders ist als ein Film, der im Jahr 2004 so eine Message präsentiert. Also man muss dazu sagen, wir haben das Original jetzt noch nicht gesehen von Alfie. Ich habe aber in einer Kritik von Filmstadtstheber, die das auch verglichen hat, scheint es eben so zu sein, Michael Caine redet, durchbricht auch die Viertelwand und redet in die Kamera. Da scheint es aber so gewesen zu sein, dass man ihm das abnimmt und wirklich das Gefühl hat, man hat da einen Einblick in seine Seele. Wenn er in die Kamera redet, während es bei Jude Law einfach wirkt wie Ego-Gewichse, wie narzisstisches, ja, also als ob er sich vom Spiegel betrachtet. Und das ist eben auch das Ding, der Film feiert Jude Law in seiner Coolness ab und deswegen nimmt man halt dieses, am Ende steht er alleine da, das nimmt man dann dem Film nicht ab, dass das jetzt irgendwie die Moral der Geschichte sein soll, dass das alles so oberflächlich war. Dazu wird Jude Law zu sehr abgefeiert in seiner Lässigkeit und seinem guten Aussehen. Und anscheinend war es original, muss man halt auch sagen, das war 1966 und da waren Themen, die auch auftauchen, auch in dem Remake auftauchen, wie, also er schläft der Freundin seines besten Freundes. Die sind zwar zu dem Zeitpunkt getrennt, aber er weiß, dass der beste Freund sie wiederhaben will. Und da geht es dann um eine mögliche Abtreibung. Und diese Themen wie Abtreibung oder Ehebruch waren damals halt wirklich noch schockierend zu dieser Zeit. Und damit hast du auch schon 2004, aber niemanden mehr hinter dem Ofen vorgelockt, dass das jetzt irgendwie, also das hat dann zu der Zeit, auch wenn das jetzt auch schon wieder 20 Jahre her ist, halt niemanden mehr schockiert. Also den Charmeier anscheinend. Ich finde, du kannst auch heutzutage, das sieht man ja auch in vielen guten Serien, wie Succession oder auch Shams oder sonst wie so, es gibt ja Serien, die das auch sowas thematisieren, wie Ehebruch und Abtreibung und solche Geschichten. Und es aber viel gefühlvoller und intensiver erzählen. Wenn du es so beiläufig und so komisch erzählst, keine Ahnung. Ja, also da scheint einfach, das Remake hat man auch damals schon so empfunden anscheinend, die meisten Kritiken, dass es einfach nicht gelungen ist. Obwohl es schon tolle Darsteller sind, also man kann ja Jude Law nicht vorstellen. Nee, auch Maya Long, Melissa Tomei, die sind alle tolle Darsteller, definitiv. Ganz genau, Susan Sarandon haben wir auch dabei. Auch sie spielt toll, also es liegt nicht an den Darstellern. Ich habe das Gefühl, dass der Film einfach schlecht geschrieben ist. Oder die falschen Schwerpunkte auch im Drehbuch und in der Darstellung. Interessanterweise, also die Songs sind noch ganz nett so. Der Soundtrack ist halt auffällig, ganz oft hört man dort Mick Jagger, Mick Jagger hat den mitkomponiert, den Soundtrack. Ja, aber die Stilästhetik, er ist auch komisch gefilmt, was mir gleich als erstes auffiel. Als die ersten fünf Minuten schon dachte ich, das sieht ja aus wie in irgendeiner Serie der späten 90er, frühen 2000er, die Kameraarbeit. Obwohl du da New York siehst, wirkt es wie so ein billiges Filmset. Ja. Was aber nicht daran liegt, dass das nicht wirklich New York gedreht ist, sonst wurde New York gedreht, sondern Ausleuchtung, Kameraschnitt und so. Und es war wohl so, dass der Film damals als recht stylish galt, weil der so eine bestimmte Art Stilistik hatte. Ich fand, dass die Farben halt alle überhaupt nicht zusammenpassen. Normalerweise, wenn du einen Film hast, wird darauf geachtet, dass das alles ein bisschen harmoniert. Oder wenn es Kontraste gibt, dass die Kontraste extra hervorgehoben sind. Und das hast du oft auch bei vielen Serien, wie Breaking Bad oder so, hast du auch so einen Farbfilter drüber, dass es alles ein bisschen in einem Licht ist. Bei diesem Film ist es einfach völlig durcheinander und viel zu gut. Und das wirkt halt dadurch sehr disruptiv, sehr unharmonisch, finde ich. Ja, ich weiß auch noch, ja, damals war es eben, was diese Message angeht, weil es ist natürlich auch so wie wir in den 30ern und so, das ist was anderes, wenn du dann den Film auch guckst und das antizipierst oder reflektieren kannst. Aber ich weiß noch, ich habe den Film damals auch mit einem Freund im Kino gesehen und der fand den und die Lebensweise, die da die Elfie quasi vorlebt und Jude Law als wie vorlebt, total cool und erstrebenswert dann. Weil das natürlich auch ein Problem ist, wenn auch junge Männer so einen Film gucken, im Alter von eben, keine Ahnung, 18, 19, 20, 21, keine Ahnung. Und du als junger Mensch oder junger Mann das gelebt bekommst oder genauso, aber wenn du das als junge Frau, diesen Film, siehst du, das wird einem ein völlig falsches Bild vermittelt irgendwie. Das ist ein sehr fragwürdiges Bild, was Themen Beziehung und so weiter angeht. Genau, die Gefahr. Also ich denke, wenn sich das jetzt Leute aus der Gen Z angucken, dann werden sie sofort das Gespür dafür haben, weil sie einfach mit diesen guten Entwicklungen, die wir jetzt haben, dass wir da Awareness haben für so ein veraltetes Frauenbild, denen würde das sofort auffallen und die würden sich davon nicht manipulieren lassen. Aber wenn man das damals gesehen hat, wie du meinst, du warst Jugendlicher, da, ja, ich war gerade 20 oder 20, Jude Law wird halt, es wird halt so abgefeiert als das Ideal, das Coole und wie toll das ist, eine Frau nach der anderen ins Bett zu kriegen. Und da gibt es ja viele Filme, nicht nur Alfie, die dieses Männer- und Frauenbild erzählen, gerade aus der Zeit. Und das ist halt echt das Schlimme, wenn sich dann Jugendliche oder Anfang 20-Jährige davon so inspirieren lassen und denken, dass das jetzt das Erstrebenswerte ist. Dass man sich nicht bindet, dass man mit Frauen eine Affäre hat, die man sofort abbricht, wenn man feststellt, dass die Frau Haare auf den Arm hat oder einem die Haarfarbe nicht passt oder die Beinlänge oder sonst was. Das ist halt wirklich das, was so schade ist, wenn sich dann Leute davon überzeugen lassen und sich so einen Charakter als Vorbild nehmen. Ja, also deswegen, ja, müssen wir sagen, wirklich trotz der Darsteller und so, schlecht gealterter Film, wirklich sehr schlecht. Also dem kann man nur noch einen mittelmäßigen Unterhaltungswert sozusagen bescheinigen und sagen hier, ja, okay, ist jetzt kein schlechter Film, kein Totalausfall. Aber, ja, es ist auf jeden Fall kein Prädikat wertvoll oder dass das ein toller Film sei, der vorliebbar sei. Also, ja, das ist sehr fragwürdig. Was, ja, wie gesagt, diese Kameraästhetik fand ich auch richtig schlecht im heutigen Blick. Ja, also, was interessant ist, ich hatte ihn verwechselt. Ich wollte eigentlich, ich hatte das Cover gesehen und ich dachte nämlich die ganze Zeit, wann kommt denn endlich Nettelie Portman? Das spielt doch Nettelie Portman mit. Ja, wo ist sie denn? Und dann, wie mir jetzt hinterher, nach weiterer Recherche kam, wurde mir klar, nee, das ist ja, ich meine, ein völlig falsches Film, den ich eigentlich mit Clio gucken wollte. Ich hatte verwechselt den Film mit Closer, hautnah, mit Clive Owen, Julia Roberts, Natalie Portman und auch Jude Law nämlich, auch aus dem Jahr 2004, auch einem ähnlichen Cover- oder Filmplakat damals, der so ein bisschen eher episodenhafter erzählt ist, glaube ich. Und meiner Meinung nach ist der doch deutlich besser und hat bei mir auch mehr Eindruck hinterlassen. Und mit dem Film hatte ich den verwechselt. Also ich dachte, weil auch da Nettelie Portman, nämlich, glaube ich, spielt dort eine Stripperin oder so, auch recht ungewöhnlich für sie. Und ja, mit dem Film hatte ich das einfach verwechselt. Und aber interessanterweise, ja, möchte ich eigentlich dann demnächst mal mit dir diesen Film sehen, von auch eben ähnliche Zeit, 2004, hautnah, Closer, um dann mal zu sehen im Vergleich, ob der denn besser gealtert ist oder ob man dann auch feststellt, boah, ist ja heutzutage gar nichts mehr. Ja, kann ich nicht zu sagen. Ich kenne, mir sagt der Titel was. Ich wusste auch, mit welchen Darstellern es ist. Und vor allem kannte ich eben Ausschnitte von, oder Bildausschnitte, wo Nettelie Portman diese rosane Bob-Perücke aufhat mit Pony, ne? Also was hier fantastisch steht. Also ich habe schon von dem Film gehört, aber aus irgendeinem Grund habe ich den nie gesehen. Und das können wir auf jeden Fall noch nachholen. Ich denke auch, dass der wahrscheinlich erst, so wie aus dem gleichen Jahr. Ja, eben, 2004. Und deswegen ist ja auch gerade, weil wir jetzt auch diesen Vergleich dann jetzt haben, was die erzählerische Qualität als auch jetzt Kameraästhetik eben vom Jahr 2004 angeht, wo wir sagen müssen, bei Alfie war das damals wie, ja, geiler Film oder so. Und heutzutage, ja, denkst du, äh. Und ja, aber was du auch gelesen hattest, das war ein Flop, ne, Alfie? Wie, der, das Remake? Ach so, genau. Ja, stimmt. Jetzt habe ich den Antikel wieder geschossen. Also das Budget war weit über den Einnahmen. Also man kann es auch als finanziellen Schiffbruch bezeichnen. So zumindest hat es der Artikel, in dem ich das gelesen hatte, ausgedrückt. Auf jeden Fall war es ein finanzieller Flop. Das ist alles, was man so macht. Es war ein großer Flop. Er hat sein sehr hohes Budget bei weitem nicht eingespielt. Also das war ein Totalverlust. Der alte Film, Alfie, wiederum mit Michael Caine, interessanterweise, der muss damals recht erfolgreich zumindest bei Kritikern gewesen sein, weil er war damals bei den Oscars nominiert, sowohl als bester Film, als auch Michael Caine als bester Darsteller für den Oscars. Also die haben den damals auf jeden Fall besser aufgefasst irgendwie. Das müssen wir noch nachholen, dass wir mal das Original gucken. Definitiv. Und Michael Caine, auch ein Darsteller, den ich mir sehr gerne angeschaut habe. Was ich noch interessant fand, das fand ich schade, aber vielleicht hat sogar Michael Caine aus dem Grund gesagt, er macht da nicht mit, weil es taucht in dem Neuverfilmung, Alfie, taucht eine Figur auf, die Jude Law in der Arztpraxis beim Urologen trifft. Ja, und so wie sein Mentor ein bisschen vielleicht ist. Das wirklich so ein bisschen wie, ja, so sein, dahin könntest du dich entwickeln, Ding. So nach dem Motto, ich bin so wie du, nur in irgendeinem Eltern oder so. So wie du warst, war ich vor 30 Jahren oder vor 40, 50 Jahren. Nee, aber er hat, naja, vielleicht kurz, aber er ist so ein bisschen väterlich zu ihm, aber er hat doch dann auch erzählt, dass er jahrzehntelang mit derselben Frau zusammen war, die jetzt leider nicht mehr lebt. Davon ist Jude Law ja weit entfernt. Ja, aber er hat doch auch noch nicht am Anfang schon erzählt, dass er auch mal so ein Schürzleger war. Ja, ja, aber dann eben diese Frau getroffen. Also er bringt ihn zum Nachdenken und das wäre natürlich naheliegend gewesen und wahrscheinlich war es auch so geplant, dass Michael Caine diese Rolle gespielt hätte. Also da hätte ich gedacht, Mann, wäre das jetzt Michael Caine gewesen, wäre das auch mal ein geiler Not gewesen, ein geiler kleiner Gag oder so ein verstecktes Easter Egg an den alten Filmen und wäre auch deutlich besser gewesen. Aber ja, Michael Caine, ja, wahrscheinlich hat der auch gesagt, nee, ich habe keinen Dresseladen. Auf jeden Fall, es schrie geradezu danach, dass man diese Rolle in der Neuverfolgung mit Michael Caine besetzt. Naja. Ja, das war es dazu. Und erst mal, ja, und dann... Dann war das jetzt eine kürzere Folge. Um euch aber auch nicht hängen zu lassen, wollten wir auf jeden Fall eine machen, bevor wir uns wieder noch genauer recherchierten, längeren Themen wieder widmen. Dann wollten wir auch mal statt immer nur Empfehlungen uns auch mal auslassen, wenn man etwas nicht empfehlen kann. Genau, ja, ja. Oder es ist vielleicht trotzdem oder gerade deswegen auch nicht uninteressant, sich das heute noch anzubauen. Ja, weil es ist wie gesagt, also wenn es natürlich auch so, wenn unser Podcast alles immer noch abfeiert, dann ist es natürlich auch irgendwann so, hä, die finden ja alles, wovon sie erzählen, was finden sie ja gut und alles in Empfehlung. Ist natürlich schwierig, wenn du halt so viele Gute sehen auch siehst. Natürlich sind dann auch viele Sachen einfach Empfehlungen und Tipps. Aber ja, wie gesagt, wenn du dann so einen Film mal siehst, dann muss man auch sagen, enttäuschenderweise, ja, der ist nicht gut gealtert. Aber wer Interesse halber in sich angucken mag, so, ne, bei Paramount Plus unter anderem online, ist es, ja, kann man das... Um euch aber nicht ganz ohne Tipps zu lassen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, was wir gestern Abend fertig geguckt haben. Auf Prime könnt ihr gerade streamen, Triangle of Sadness. Absolute Empfehlung. Ein Film, der auch in Cannes, glaube ich, abgeräumt hat. Und auch als Auslands-Oscar zumindest nominiert war. Ich weiß gar nicht, ob er ihn gewonnen hatte vor ein, zwei Jahren, aber nominiert war auch als Auslands-Oscar. Viele werden ihn wahrscheinlich schon gesehen haben. Falls nicht, Triangle of Sadness, sagen wir jetzt gar nicht viel zu. Schaut ihn euch einfach an. Wir wussten, glaube ich, auch so gar nichts drüber. Naja, also, dass eine Gesellschaftskritik oder Gesellschaftssatire sein soll, wusste ich. Ja, es ist sehr zynisch. Ich wusste nicht, in welcher Hinsicht, ein bisschen Start-as-White-Lotus-Vibes, ein bisschen Eat-the-Ridge, aber in eine Richtung, wie du sie nicht erwartest, auf jeden Fall. Und deswegen macht es so interessant auch. Das, falls ihr noch einen Tipp fürs Wochenende benötigtet. Ja. Und jetzt schicken wir euch in die nächsten zwei Wochen und wünschen euch eine gute Zeit. Ciao. Bis denn, ciao. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt.